Er ist süß. Mag er dich auch so gern wie du ihn? Grandma, würdest du bitte damit aufhören? Hey, Mom! Guck mal! Bitte lächeln! Mein Name ist Salmon, also Lachs wie der Fisch. Okay, Matrosenmädchen, leiden los. Vorname Susi. Bis dann! Bis dann, Susi! Du bist wunderschön, Susi Salmon. Ich war 14 Jahre alt, als ich ermordet wurde. Du bist doch das Salmon-Mädchen, richtig? Am 6. Dezember 1973. Wir haben sie nicht gefunden, Mrs. Salmon. Es tut mir sehr leid. Dad, sie ist tot, oder? Sie fehlt dir, stimmt's? Sie ist nicht mehr da. Und wenn doch? Wenn sie noch hier ist. Grandma, Susi ist in der Zwischenwelt. Ich war nicht weg. Ich war am Leben, in meiner eigenen perfekten Welt. Aber in meinem Herzen wusste ich, dass sie nicht perfekt war. Mein Mörder war immer noch hinter mir her. Susi wäre nie mit einem Fremden mitgegangen. Es muss jemand sein, den sie kannte. Ich wüsste da jemanden. Das ist Aufgabe der Polizei. Das ist unsere Sache. Mein Vater kannte die einzelnen Teile, konnte sie aber nicht zusammenfügen. Ihr habt einen Grab, mitten in eurem Haus. Ich wartete auf Gerechtigkeit. Doch sie kam nicht. Du bist doch das Salmon-Mädchen, richtig? Dad! Mit dem Kerl stimmt eindeutig was nicht. Warum hören Sie nicht auf ihn? Weil man Aussagen braucht. Man braucht Beweise. Kannst es nicht einfach sein lassen, Dan! Komm raus, du Feigling! Hab keine Angst.